Ich bin der Programmierer unseres Spiels, das OE-Cast. Wir sind gerade dabei, das zu produzieren. Ich zeige euch mal, was ich so tagsüber mache hier in der Schule. Und zwar arbeite ich da mit dem XNE. Das ist von Microsoft, da wird mir sehr scharf gearbeitet. Das ist die Programmiersprache. Und ich zeige euch mal, dass wir letzte Woche einen Freitag durchführen. Das ist ein kleines Spiel. Da ging schon die Kollisionserkennung. Hinter das kleine Bildchen darf halt die Ecken nicht berühren und darf sich halt nur in den Bereichen fortbewegen. Ja. Also, ich mache den Netzwerkteil unseres Spiels. Der ist schon fertig. Jetzt muss ich mich nur noch mit dem anderen Programmierkollegen zusammensetzen. Wir müssen das Zahn tun und austesten, bis es dann endgültig das Spiel auch fertig ist und der erste Prototyp sitzt. Ja, wie ich und zuerst aufs Gamescollege gekommen bin. Ich habe vorher viele verschiedene Jobs gemacht, die nicht alle, die sehr wichtig waren. Ich habe mir gedacht, ich wollte etwas Spezielles machen. Ich habe überlegt, was ich studieren könnte. Ich bin dann aufs Gamescollege gekommen. Ja, es ist halt etwas Spezielles, was nicht jeder andere macht. Und ja, das war es halt von heute, von meinen Tagen einmal. Nächste Woche ist dann der andere dran. Ciao.